Dieser Lkw-Fahrer in England erlebt gleich einen tierischen Schock. Denn plötzlich landet vor ihm auf der Autobahn eine Kuh. Wie aus dem Nichts wechselt ein Lkw vor ihm plötzlich die Spur, weicht dem Tier aus, das aus dem Laster gefallen ist. Geistesgegenwärtig kann auch der 52-Jährige in letzter Sekunde ausweichen, schafft es die Kuh nicht zu überfahren. Aufnahmen seiner Heckkamera zeigen, dass auch andere Lkw abbremsen, der Verkehr kommt zum Stillstand, doch Chaos und Folgeunfälle bleiben zum Glück aus. Die Polizei veröffentlicht über die sozialen Kanäle Fotos nach dem Kuhfall. Das Tier ist verletzt, aber es lebt. Dann die Nachricht, bereits drei Kilometer vorher büxt eine andere Kuh aus dem gleichen Lkw aus, fällt auch auf die Autobahn und wird verletzt. Beamte sperren die Straße für fast zwei Stunden, sammeln die Rinder wieder ein. Warum genau die Tiere aus dem Lkw fallen konnten, wird jetzt ermittelt.